Ja, weil so kann ich nichts machen. Weil ich sitze jetzt hier dran und hab das Mist immer eingegeben, aber nothing. Ich schreib doch jetzt nicht noch ein Turtle-Programm jetzt direkt hier rein. Doch. Ja, toll, dann können wir die anderen mit Computer-Kacke ja auch knicken. Das heißt ja für das nächste Mal. Fürs nächste Mal reicht das nicht. Was, besser Eisen oder Chain? Oh, ein Super-Creeper, ein Super-Creeper. Ich dachte, normalerweise muss das aber klappen. Oh, aber der ist sofort explodiert. Hab ich gehört, Charmy. Geh mal in Neto und geh an den Neto-Creeper. Ich hab erstmal ein bisschen Wut mitgebracht. Ich würde mir hoffen, dass jetzt Excavate zumindest funktioniert. Hm, keine Ahnung. Weil das wäre ja ein bisschen beschieden, ne? Ein bisschen bescheiden, aber nur ein bisschen. Aber immer nur ein bisschen, ne? Das waren ja nur 256 Zeilen, die ich hier per Hand eingeben müsste wieder. Hm. Ich hätte so schon gern zu dir rüber gebaut, ne? Boah. Hätte ja nix mehr machen müssen. Nein. Ach ja, das war's alles. Meistens klappt das eh nie, was man will. Kennt man schon. Leider nicht. Das kennt man ja schon. Oh, Slime Ball. Ach, Slime. Na, komm mal her. Genau. Geh mal in die Suppe. Höhöhöhöh. Aua, Creeper. Ach ja. Ja. Zirkus, 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 Zirkus. Krick dich Zirkus. Komme ich aus der scheiß Tür oder so? Aha. Schlecht. Ne heard from Creeper, der. Das ist super nochmal super Creeper. Was ist das für ne Scheiße? Wie kriege ich immer den scheiß super Creeper? Noch ein Ding, muss mich verarschen. Ja, weil du es verdient hast. Da. Das wollen dich alle verarschen, weißt du nicht? Ah, das ist Slime Slime. Zombie, stirb. Ich probe hier mal den Next Gevate aus. Mach das. Weil wenn das jetzt endlich ausprobiert, dann haben wir irgendwie ein kleines, klitzekleines Problem. Dann funktioniert irgendwas nicht. Next Gevate. Ich schwebe in so ne komischen Dinger rum. Warte. Ey. Ich schwebe in so ne komischen Dinger gerade rum. Kann es sein, dass du meinen Gang zugemacht hast? Na ja, ich habe hier so viele Handschuhe gemacht. Okay, Next Gevate geht. Denkst du ja auch nicht, ne? Ne. Ne, riecht mich das so etwas auf, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Ja, ich hätte ihn einfach auf Ebene 11 gesetzt. Und hätte ich das Tunnelpro-Programm gestartet und dann hätte er in die ganze Linie durchgezogen. Ja, hast mir das ja schon erzählt. Kannst du einfach, du musst nicht Excavate machen, du kannst auch nur so einen anderen Modus machen. Ne, aber das ist einfacher. Ja, der setzt direkt Fackeln und wenn das Ding voll ist, setzt du dir auch ne Truhe hin. Der Excavate, wenn du das so nachfraust, bist da unten, geht der immer hoch. Excavate, aber nicht das Tunnelpro-Programm. Der setzt, wenn sein Inventar voll ist, setzt seine Kiste hin. Das ist das ja. Ja, was das? Äh... Das Problem ist, du musst dann aber auch Chunk-loaden. Ja, ich hab den... Äh, ich würd den ja hier unter unserem Ding machen, in Höhe 11. Ist noch gar nix ge-chunk-loadet. Ja, aber wir sind ja alle in der Nähe. Wenn wir hoffentlich gehen, dann... Ja, dann hält der an, dann starte ich den neu, das ist ja kein Problem. Du musst halt nur... Du musst halt nur wissen, was ich eingegeben habe. Ihhh, da kommt so ne scheiß Flüssigkeit grad von oben runter. Ja, die mir auch noch Schaden macht. Weil bei dem Programm kannst du einstellen, welche Höhe, welche Breite und Abstand der Fackeln du setzen willst. Komische scheiß Flüssigkeit, ne? Echt. Welche, braun oder schwatte? Braun. Ja, die hab ich eben da hinten mit dem Sumpf auch gehabt. Ich hätte nicht wissen, wozu das Ding gehört. Ich auch nicht. Einfach mal einen Eimer kreften und mal rausnehmen, so ein Eimerchen. Und Johnny vor die Füße kippen. Ich wollt grad sagen, wir überflasht, überflasht und kippen, aber nein. Nein. Dann wünschen wir die Worte aus dem Mund. So, wie krieg ich das jetzt hier alles weg hier aus dem... Hier alles raus. Keine Ahnung, was das Ding war. Ja. Das ist natürlich jetzt auch geil hier. Wie krieg ich denn jetzt alle Materialien und zumindest... Das hier alles weg. Das hier alles weg. ich kann mich ja noch anders weiter beschäftigen ist die turtle da fertig ist ja wieder in dem tag schon auf mittlerweile auch schon 21 41 haben wir angefangen naja guck über eine stunde geht ja noch immer mehr übertrieben ne flasch gestern war doch ging eigentlich ne ja wenn du überlegst so ein grond macht einfach mal sechs stunden aufnahme ja dafür hat er aber auch dann ruhe für die woche naja du musst ja nicht nur eine woche dann ja du musst mal überlegen ich hatte mal ein wochenende habe ich komplett aufgenommen da habe ich 100 folgen aufgenommen übertrieben ich habe ich habe ja auch dann ruhe jetzt bis ende dezember das ist jetzt der kleine große schöne vorteil ich kann jetzt solche projekte weiter starten muss ich gucken ob ich die jetzt täglich mache er oder wirklich nur alle zwei tage so hat ja wenn ich bei fax genau auf der gleichen höhe bin dann fange ich auch an das immer nur dann abzulohnen wenn er das macht war ich wäre nur dass ich genau dann da bin wo er jetzt ist nach ich suche erst mal leben macht das haben eigentlich koks ja zu teuer koks 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 kokereien wieder wieder mit ja habe ich ja auch schon wieder koks 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 aber koks amactive koks koks wämt in hoher der Da kann ja passieren, dass die immer so hoch sind. Ist ja nicht ungewöhnlich. Zwischen 11 und 13 sind die immer. Ja. Und dann glaube ich bis 16 kommt Gold oder bis 20. Früher hieß das immer bis 16 hoch. Oder bis 18 gibt es Diamanten. Ja, das ist aber alles runtergesetzt worden. Ja. Kohle. Mal Facke setzen. Ich glaube gleich ein Geschenk für dich. Für wen? Für dich. Was denn? Warte. Na er will nicht. Na du Affe. Ich weiß ganz genau welches Geschenk. Dein Niesen. Ja, und mein Röpster. Oh, mein Niesen ist gefährlich für euch beiden, ey. Dein Ohren betäumendes Niesen. What's? Oh nein, wie kommst du denn da rauf? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Seit gestern. Du, da war ich aber auch zu faul, ey. Ey, Zittos. Was? Finkt schon wieder an. Ja, du möchtest ja auch. Du wirst schon wieder müde. Echt? Boahle. Gestern war das heftig, ey. Du hast noch lang genug gepennt. Nein, fünf Stunden. Ja, und? Na zwischendurch hast du gestern auch gepennt. Ja, das war nur zwischendurch. Ja, und? Du hast mir vorgestellt, der Dach bin ich ja wieder müde. Ja, und? Und dann hast du bis 14 Uhr durchgezockt. Genau, siehst du? Wollt und Knallers. Nein, weil der Server schon leer war. Und wo du ein Knallers? Dann konnte ich alle Wözer spawnen, die ich hatte. Ja, und wo du ein Knallers? Na ja. Ich hab keinen Knall. Ich bin ein ganz normaler Liebermensch. Aber dein Name ist trotzdem noch am besten. Das ist ein beklopptes Projekt. Was lachst du da, Johnny? Ich bin da halt ein netter, lieber Mensch. Glaubst du? Ich glaubst mir wieder nicht. Ausgerechnet, du. Und ausgerechnet, Johnny. Weißt du, da sagt dir der in der Mitte jemal. Okay, ich glaube, ich musste da Berge besteigen. Frichtig. Du steigst in den Bergen, oder was? Na, Zen, du weißt, was ich meine. Ja, du mich ja auch. Alter, ich hab das Gefühl, dass bei der Version, die wir hier haben, die, äh, äh, die Ores, also immer mehr sind, irgendwie. Nö, die sind allgemein erhöht worden. Voll krass, Mann. Krass, Mann. Krass, Mann. Haben wir Gravel am Spawn? Haube nicht. Schade. Dann brauchst du einfach, wenn du den Gang von Santos und Serena nimmst, siehst du schon mit Jahren von Gravel. Hm, geht. Kies. Gravelé. Gravel. Das ist auch so ein Begriff, den Gronk geprägt hat. Ja, nice. Tu mal mit deinem Gronk. Der EWI Kranke, was ist damit? Ein Gronki Tuffels. Wusstest du noch nicht? Johnny steht auf Gronk. Ja, und? Kann ich denn nicht? Ich stehe buchstäblich auf ihn. Nee. Du möchtest bestimmt an, an Wallis langen Haaren rumreiben. Er will dran mit riechen. Oh, geil. Erstmal wissen, was der für ein Shampoo benutzt. Dein Haar glänzt so. Das ist kein Shampoo. Das ist fett. Ihr habt unten kein Gravel. Krass. Ich sehe nur noch Mist an mir rumfliegen. Ach so, das ist auch eine Magnetisierung. Ja. Ich hab die wohl, ich hab meine Sache gerade ausgezogen, hab die erstmal in die Lava geschmissen. Also im Cobblestone. Ja, solange wir denn da unten irgendwie sind, da können wir ruhig mal genäht anmachen. Ja. Ja, wir mit die Rüstung an. Ach ja, habt ihr euch ja eine Rüsi gemacht. Ja, ich hab nicht komplett so eine Rüstung. Ich hab den erst mal Kisten abgegradet. Ach ja. Der Johnny, der Johnny. Ich hab gerade, ob ich Gravel finde, aber bis jetzt bin ich nichts. So langsam darf sich ganz Sinn auch noch liegen. Nehm mir draus. Hier ist Gravel. Woher brauchst du denn Gravel? Äh, für die Smeltowee. Außer wenn wir jetzt den brauchen, dann brauchen wir einfach nur... ...man kann dann drin. Also ich wollte... Ich hab keinen Platz mehr. Ich wollte eine Smeltowee bauen und dann kann ich sozusagen jetzt schon Eisen verdoppeln. Ohne Energie und brauch nur Lava reinkippen. Boah, das nervt. Wusch, wusch, wusch. Das ist der Aufwand, den ich jetzt gerade betreibe. Ich kann ja nichts machen. Kohle ist am Brenner. Habt ihr bei euch Lava in der Nähe, in Lavasee oder so? Joa, hab ich hier. Bei mir. Das ist super. Du musst von mir kommen dann. Ich liebe das einfach, dass du mit einer Fackel einfach Gravel abholen kannst. Ja, würde ja. Ja, ich muss dann vier Eime machen oder sowas. Wusch, wusch, wusch. Und die Lava brauche ich. Wusch, wusch. Das ist vielleicht ein bisschen Gravel, ne? Boah, die Lava ist eigentlich leicht zu finden. Ja. Überall in unseren Gängen. Ja, ja. Ja, Gravel, farm ich gerade ab. Also das ist... Ich hab jetzt, äh, 39. Äh, äh, 1,25, 6 schon. Ach, ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine... Also eine Smeltwee auf jeden Fall. Die werden wir dann erhöhen. Aber ich werde dann auch noch automatisch irgendwie hinzimmern. Okay. Wisch. Bei Pulverisieren hast du da auch doppelt bekommen, nur, ne? Ja. Ja, dann können wir das auch mit der Smeltwee machen. Ach, Johnny. Kannst du mal das Loch flicken, was du durch den Küper hier gemacht hast? Er sagt, dass es ich war. Weil du der Einzige bist, der da hinten war. Ja. Äh, nein. Oh, mein Loch am Eingang hab ich schon gemacht. Das hat sich schon wieder geflickt. Trolololol. Trolololol. Okay, ja. Also wieder... Oh, lololol. Das ist auch schon wieder spät, ne? Das ist auch schon wieder.